Ich hätte ein bisschen mehr erwartet für unsere deutsche Mannschaft, mindestens Kapsule-Tipp zu 2-1. Ich bin selber schuld gleich mal, aber die Hoffnung steht zuletzt. Das Ding rockt man doch. Das ist eine Art Schmerz. Aber ein Goles ist ein Goles. Und als der Kampfer ist ein großer Gewalt. Das ist ein Wichtiges. 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 Vielen Dank.